Unser letztes Saisonspiel geht gegen Borussia Dortmund, die auch dabei sind bei Stepkick. Und da gibt es auch gleich die nächste Challenge, kriegen wir es hin, mit unseren drei Hertha-Klassen mehr Schritte zu sammeln als die Jungs und Mädels von den Klassen von Borussia Dortmund. Jeder Einzelne zählt und wirklich jeder Einzelne von euch ist wichtig für den Sieg. Ich drücke euch die Daumen, liebe Grüße.